Leute, heute spielen wir Dungeon Golf. Ich habe es bei Steam gesehen und dachte, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Wir starten direkt rein. Ich hoffe, vom Sound der Bass ist Freeplay. Können wir einmal machen. 1 bis 4. Wir machen aber Golf-Quests. Wir können auch online. Find a Lobby. Wir machen erstmal ganz normal die Story, weil ich mache alles learning by doing. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir genau vorgehen müssen. Astrid Jetbuller. Ich weiß nicht, ich konnte auch irgendwie jetzt keinen Charakter auswählen oder so. Kommt das noch oder war ich da zu schnell? War ich da zu schnell, Leute? Auf jeden Fall. Die haben anscheinend irgendwie Abilities. Und auch, ja, keine Ahnung, wie das Ganze vonstatten geht. Wie werden es rausfinden, Leute? Wie werden es rausfinden, wie das Ganze funktioniert? Das ist anscheinend die Map. Ja, wir werden das schon lernen. Find ich das jetzt? Ich denke mal ja, ne? Ich denke, diese Wikinger-Lady bin ich. Okay, doch, wir lernen. Okay, Tutorial. Ich wollte schon sagen. Move. Okay, ich kann den Ball hier... Aha. Können wir auch irgendwie zoomen oder so? Anscheinend nicht. Müssen wir die weghauen? Gibt es was in den Vasen? Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Okay, Tinkyshoot, Aim. Okay, das... Erklär es sich sogar nur mit den Bildern. Aha, Aim. Alles klar, aber... Danger Zone, warte mal. Ach, okay, an dem musste ich vorbei. Das heißt, die Vasen bringen mir wahrscheinlich nix, ne? Ach so, aha. Aha, okay, ich muss mal richtig timen. Okay, ich verstehe es, ich verstehe es. Aber da kommen wir auch in der Danger Zone, oder? Wir machen einfach mal. Okay, while moving the ball is moving off the danger. Shit. Aftertouch, also kann ich hier ein bisschen... Aha, also ein bisschen kann ich hier anscheinend... noch lenken. Aha. Gut. Okay, das ist die Danger Zone. Tickle Danger Zones. Okay, dann haben wir ein bisschen Probleme. Aha, wir kriegen Schaden. Also ich habe jetzt direkt einfach mal Schaden bekommen. Kann ich hier auch wegkauen. Fragen über Fragen. Abilities. Aha. Ach, nicht genug Mana. Okay, Battle Rage. Hofer Smashling. Wir testen einfach mal. Ach, warte mal, das ist eine Kiste. 0 von 5 Monstern. Kann ich die... Kann ich die killen? Ok, das ist ein bisschen. Shoot back and you also will drop some Mana. Aha. Okay, das ist interessant. Gut. Das heißt, wir kriegen da einen extra Shoot. was ist mit der kiste das ding ist ich sehe jetzt leider so gut wie gar nichts kiste was ist da drin ach mana ok diese punkte sind also mana das ding ist habe ich es bis drei schutz insgesamt ok ich kann ihn so ein bisschen aus der ecke rausholen mehr aber auch nicht ach das zählt auch direkt super das wusste ich nicht hier habe ich nicht genug mana wird sagen wir hauen den einmal weg sollte funktionieren wie auch direkt mana rein da ist gut dann haben wir so ein bisschen besseren spot ne und hier aus was ist das was ist das da hinten irgendwie die karte ach da oben da kommen wir da oben raus ne weil ich würde sagen mana meine mana attacke lass jetzt erstmal ich will da hinten rein ich möchte ganz gerne da hinten durchs portal komm schon wie es hier ist hier ist hier ist perfekt wenn das nicht nice war leute dann weiß ich auch nicht das war doch mega gut oder aber warte mal so kann ich die map abchecken wir könnten versuchen mit einschlag rein könnten wir sogar eventuell schaffen aber kriegen wir einen bonus wenn wir mehrere monster killen und eins nach eins noch da hinten weiß es gar nicht ich will mal die ability benutzen dieses ding hier ach so ich muss neben einen sein okay die hier eigentlich brauchen wir es nicht ne ich würde sagen wir machen einfach einen normalen ich denke wir könnten das schaffen können wir auch rüber hoffen nicht ich mache mir mal lieber so einen schlag jeder rein geht er will nicht ich glaube mit freunden oder online ich glaube es könnte schon echt spaß machen ganz oft ernsthaft super 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 ach sag nicht ich muss die monster erstmal killen ne okay ich verstehe das war dann ein bisschen blöd na super ich muss erst mal alle killen ach so das ist natürlich nicht so nice können wir einmal pusten hier na geil ja super perfekt 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 das wollte ich natürlich überhaupt nicht was wenn ich ability benutze was sieht der dann noch mehr aus okay dann macht er den halt zufällig in diese range da rein ne okay aber das schon mal gut da schon mal die richtige richtung okay ich würde sagen das sollten wir hinbekommen ja die habe ich natürlich nicht bekommen jetzt sind wir wieder ganz am anfang das hätte ich mal gerne vorher gewusst aber egal wir lernen leute wir ja so weg mit dir jetzt haben wir natürlich sehr viele versuche aber gut dass wir noch nicht online gespielt haben gut dass wir das noch nicht gemacht haben und fernsehen der war doch gut nein 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 ach sehr gut jetzt ist das ding auch offen okay jetzt ist es auch offen ups nein 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 das wollten wir nicht na toll wohl ja 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 gut der war nicht so gut wir kriegen nicht mal bronze Leute wir kriegen nicht mal bronze aber wir müssen erstmal reinkommen das gibt es noch nicht das gibt es doch nicht komm jetzt aber jetzt will ich aber drin sehen drei sollte reichen oder jetzt sind wir ganz locker Leute das haben wir das haben wir extra gemacht ach okay wir spielen immer mit verschiedenen dann geht es direkt weiter okay hier muss ich relativ schnell sein anscheinend aha sieht aus wie Merlin Merlin der Zauberer hier müssen wir einfach schnell sein das heißt wir könnten den gegen die Bomben hauen und dann ballert der wahrscheinlich richtig durch und oder auch nicht oder auch nicht aber mit einem mit einem Schuss ich weiß nicht ob die Truhe da jetzt gut gewesen wäre ich weiß nicht ob da irgendwas cooles drin gewesen wäre aber wie haben was soll ich jetzt bekommen Silber gut bin ich mir zufrieden damit bin ich zufrieden Leute dass ich werden den einfach gegen die Wand klatschen müssen okay eine Truhe öffnen Jimmy der gute alte Jimmy jetzt weiß ich gar nicht was von dem Zauberer die Attack war weil wir uns beeilen mussten aber das passt schon zwei Küsten das ist einmal hier und auch da hinten da oh was ist das denn sieht wie so ein Boss aus gut warte mal hier ist so ein Luftstrom können wir dann rüber fliegen das würde ich ganz gerne wissen wir warten kurz bis er nochmal kommt anscheinend nicht das hätte ja sein können das hätte ja sein können Leute oh wir sind Danger Zone alles klar okay und ich sehe nichts was äh was äh aha das heißt der kann hier wieder reinfallen dann platzieren wir den natürlich hier wir können den doch bestimmt wir ziehen ihn einmal hier nein 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 nicht reporten Abilities was haben wir denn hier draw your head and teleport to the target ich glaube ich lasse das erstmal oder wünsche ihn dadurch weghauen wir müssen ja eigentlich so Kiste ne mach mal den hier okay das war eigentlich ganz gut das war doch eigentlich ganz gut okay der war nicht so gut wie soll man das mit zwei Schüssen schaffen Leute ja so unmöglich oder oder gibt der dicke mir äh paar Minusdinger ist es nicht okay so weit so gut und der rollt natürlich rein geil das war natürlich nicht so nice und dann ist noch eine Kiste deswegen wie soll man das schaffen wie soll man das denn schaffen Abilities okay aha das würde gehen wir machen es einfach mal oder aha das fehlt auch nicht als Schuss oder warte mal wir haben 6 ach ich hab kein aha aha okay ich hätte das vorgegriffen dann hätte ich das auch bei dem gemacht ne oder bei dem hier jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich Leute ja komm schon ja komm schon gibt's auch nicht das gibt es auch nicht ich will wenigstens Bronze kriegen ja wenigstens Bronze muss auch drin sein komm schon oh nein ach hör mir doch auf ernsthaft und wir sind auch noch in der geil super wir kriegen direkt auch noch Schläge geil nochmal ein extra geil sehr geil ja weg mit dem wenigstens ein wieder aber naja das war leider ein bisschen bitter ne mach mal so ein komm schon ach ernsthaft komm 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 ich bin so ein loser Leute ich bin wirklich so ein loser 11 naja ach wie jetzt mal ernsthaft wie soll man das mit 2 schaffen muss man ja der Ultra Profi sein also 2 ist mir ein Rätsel gut Sproggie Madudu Jojo aber bis jetzt ist das ist eine coole Idee ne also online wir werden auf jeden Fall eine online Runde testen ich denke online macht das schon ziemlich Lust ne okay wir sollen so schnell wie möglich muss ich aber einmal kurz die Karte anschauen rechts rum wäre wahrscheinlich am obwohl nee rechts und dann den hier auch wieder schaffen ich versuche es einfach mal ne oh 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 das läuft schon natürlich natürlich läuft sie schon oh der war gut der war gut okay komm schnell anhalten ja 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 oh oh ach komm komm ganz haft er halt den an was komm wenigstens Silber wenigstens Silber na wer sagt es denn will meinen Silber aber der erste Schlag der war ganz gut ne ich weiß jetzt nicht was der Attacken der hatte aber wir hatten eh keine Mana wir hatten doch eh keine Mana Leute ich bin zufrieden mit Silber bin ich zufrieden so was gibt es noch schönes oh einiges bis Loch 9 5 okay seine Attacke kennen wir ja mittlerweile den finde ich eigentlich ganz nice weil er auch sich äh teleportieren kann und wegen seiner Attacke ja und hier müssen wir die Monster besiegen gut wir starten einfach hier ja 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 komm einmal hier rum die Kiste kriegen wir leider nicht ne aber wir können dir so and dodgen ja 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 wir fliegen komplett zurück ich glaube der war einfach zu hart können aber wir können teleportieren oder ich kann mich leider nicht so drehen das ist ein bisschen blöd was denn ich jetzt hier drauf haue ich glaube das ist nicht so ne gute Idee ne wir sollten den hier machen zack den dann weghauen können wir den noch mit ner Bombe weghauen ich versuch's mal bestimmt ja ne ja 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 das funktioniert kriegen wir die auch noch aber ich glaube der kommt da nicht an na super könnte ich das machen leider nicht die könnten aber den hier machen oder ja ja das war schon mal ganz gut aber wie soll man das mit zwei machen Leute mit zwei Schüssen wir holen uns mal die Kiste ah das war jetzt ein bisschen zu weit den Kollegen kriegen wir leider nicht so ne oder könnte ich mein Bein bis dahinten hinwerfen natürlich nicht ok dann machen wir mal den hier kriegen wir vielleicht Silber ja das ist ein bisschen blöd da waren wir zu nah dran ne ach wegen der Bombe ja gut Silber wird dann doch ein bisschen kritisch Bombe nein 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 roll da runter das super ein perfekter Ort wo wir überhaupt nicht gut vorankommen ich bin so ein Glückspilz ich glaube mit Silber wird's nix ne da müssen wir jetzt einen sehr guten Treffer landen ob das vielleicht gut ist jetzt zwischendurch dann auf die Treppe natürlich nicht nein 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 oh ach komm ernsthaft ja 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 oh oh aber leider kein Silber aber das war ganz gut wir konnten den ein bisschen lenken ok das war ein bisschen cool schade aber immerhin Bronze 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 sage ich auch ja Shadow mhm der hat nicht viel Power aber mit dem kann man anscheinend gute Moves machen zwei Ton öffnen das habe ich mir auch so gedacht wir versuchen mal irgendwie den hier ah der hat nicht so viel Power stimmt ah komm rum oh ja ich glaube das war ganz gut ne Danger Zone ok ich glaube der war ganz gut Leute was haben wir denn überhaupt hier pute Shadow ja wie ah ok so weit geht's dann auch nicht aber gut wir könnten den hier machen das wäre auch schon mal ein bisschen weiter und dann könnten wir ich weiß nicht auch wie es schaffen wir warten noch mal kurz ja 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 komm roll noch hoch zur Kiste bitte 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 oh ja oh ja der war gut ah ok dass er jetzt runtergerollt ist nicht so geil aber wir haben unsere Spezialfähigkeit warte mal throw the blades at all places and range send range hoffe doch ok das ist gut wir könnten sogar Gold kriegen Leute wir könnten sogar tatsächlich Gold kriegen sehr schön ich glaube das wird ein Goldding Leute also der gefällt mir ganz gut auch wenn er nicht so viel Power hat wir können ja noch hier nach vorne teleportieren ein Stückchen wenigstens weil ich glaube wir brauchen schon voll Power ne weil der ist nicht so stark und Bamsen ja 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 komm alter perfekt mit zwei wenn das nicht perfekt war dann weiß ich auch nicht ich bin Maschine Leute ich bin einfach eine verdammte Maschine ok aber Online Runde will ich auf jeden Fall mal machen also der wäre schon mal ein Favorit von mir und der Skelett ist der hier hat keine Arme Zungensplash mit drei Schüssen ok wir versuchen einfach mal ein bisschen näher ran TNT oh warum auch kult das so wir versuchen einfach mal ja der Barde der gute alte Froschbarde das Gute ist dass hier relativ viele Gegner sind ob wir den noch kriegen da wäre eine Kiste aber vielleicht kriegen wir den noch das wäre auf jeden Fall gut oh sehr gut Kiste kriegen wir leider nicht ja bleib mal stehen den ja ist eigentlich ein guter warte mal was haben wir hier every enemy or player or monster gegen damage sind leider zu weit weg aber den sollten wir doch mit unserem Ball kriegen würde ich sagen ja oh nein 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 geh nicht in die natürlich was denn auch sonst ach komm ach komm jetzt krieg ich ihn leider nicht mit meiner Attacke gepackt war den hier ne ne der kickt an den Ball ne mit dem Zungenschnalzer ach ne doch nicht gut jetzt hab ich ihn verschwendet gut wir wissen es für die Zukunft ja super ok Gold wird auf jeden Fall nichts mehr oder ok der ist doch nicht heiß auf uns wir könnten den jetzt versuchen direkt rein zu lochen obwohl ne wir müssen alle Gegner killen ne also nicht alle aber die meisten wir machen den mal lieber so dann hoffen wir da ist der irgendwie nein 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 komm hör doch auf hör ernsthaft ernsthaft jetzt jetzt hat er uns einfach zwei abgezogen ja ok aber wir können wenigstens den da weghauen wir müssen alle killen oder äh hallo ach wir müssen alle killen gut ja ja komm die Kiste sehr schön oh rollt er noch durch treffen wir den noch ok der war sehr gut der war tatsächlich sehr schön ok ok kriegen wir das hin wow wow ok ich dachte der kann der nicht runterfallen ich dachte der fällt da bestimmt nicht runter aber anscheinend doch komm und nach links ja vielleicht kriegen wir wenigstens Bronze Leute vielleicht wenigstens Bronze schauen wir mal oh 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 nein nein nicht so weit nicht so weit nicht so weit die Zunschneidze reicht bitte auch nicht bis dahin ne oder doch achso wir können sie auch ranziehen mit den achso kann mir das nicht einer mal vorher sagen sehr schön dann komm ein bisschen hier durch ah Silber wird leider nix mehr aber Bronze komm wenigstens Bronze wenigstens ein Trostpilaster aber der war doch ganz gut ah Bronze holen wir Leute sehr schön wenigstens Bronze ja mit den Zunschneidze hätte ich das vorher gewusst mit dem ranziehen vielleicht wäre Silber drin gewesen so nächste ich würde sagen wir machen alle neun Leute so viel Zeit muss sein wir holen uns alle neun Löcher aber ja es macht einigermaßen Spaß muss schon sagen mit ein paar Online-Dudes oder Kollegen mit Kollegen natürlich am meisten können wir da direkt rüberhauen ich versuch's einfach mal ne die scheint der Zerstart zu sein One-Shot ja natürlich wie soll man da One-Shot schaffen jetzt mal ernsthaft vielleicht ist weiter weg besser oder damit er die Rampe hier mitnimmt na natürlich na klar das war ja sowas von klar jetzt sinkst du davon nicht zu weit weil wir die Kiste jetzt holen müssen die Kiste die müssen wir auf jeden Fall kriegen gut die haben wir aber wie soll man hier One-Shot machen Leute jetzt mal ernsthaft ah hier sind auch Gegner okay wenn wir Meere auf einmal kriegen würden jetzt mal die Bombe ach komm dann hol die Bombe wenigstens naja wenigstens der Kollege ist weg na kriegen wir den natürlich nicht wir sind wieder hier im Loch alles klar Ability würde es hinhauen ich hoffe es ah der war mies ich kriege nicht mal Bronze Leute wir werden nicht mal Bronze kassieren ach komm hör mir doch auf gut wir versuchen schnell einfach zum Ziel zu kommen Leute ich glaube es macht jetzt gerade wenig Sinn das hätte ich irgendwie ein bisschen besser spielen müssen wenn wir einfach durch und dann über die Rampe wahrscheinlich nicht ne ich versuche es aber wir haben eh nichts zu verlieren und oh doch okay immerhin immerhin das hätte ich jetzt nicht erwartet hätte ich lieber Dreck machen sollen dann hätten wir vielleicht sogar noch Silber bekommen gut dann das letzte Loch mit meinem Liebling ich glaube der gefällt mich am besten er oder sie der kleine Dämon auf jeden Fall hier müssen wir aber schnell sein gut also hier landen wir nur im Loch das heißt am besten rechts und dann komplett rechts durch ein bisschen müssen wir nicht mitnehmen ne gut wir versuchen es einfach mal natürlich habe ich nicht gut getroffen obwohl ja einigermaßen kann der so die Runde da machen ja nein jetzt komm schnell durch ach komm und durch na super na super es läuft einfach nur mein Timer noch schnell ab super 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 die Stelle ist ja totale Katastrophe das war nicht gut das hat mir so viel Zeit gezogen Bronze kriege ich auch nicht mehr äh Silber komm schon ach komm ich stopp ihn doch ernsthaft Zeit läuft boah du läufst die Zeit einfach nur weiter Leute ey ach nein ey das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht Leute so nix kriege ich gar nix Pustekuchen ja das war nicht so gut das war leider nicht so gut gut das haben wir dann erledigt das heißt warum war da so ein Leck die Löcher haben wir alle geholt ich glaube mehr gibt es hier erstmal nicht zu holen dann machen wir einmal oh nein wir schauen mal ob wir online was finden Leute break the lobby looking for lobbies no lobby found ok weil wir noch in der Demo sind mal schauen ob ich mir spielen holen werde ich bin mir nicht so sicher es ist ganz witzig aber ich kann mir noch nicht so viel darunter vorstellen ich weiß es nicht wenn es euch gefallen hat und ich es eventuell holen soll schreibt es gerne in die Kommentare und bewertet das Video sonst würde ich sagen bis zur nächsten Folge wieder tschau 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 tschau